Ich weiß, der portet mich immer wieder da rein. Der portet mich hier hin. Und der hier, bringt mich wieder an den Anfang. Nein. Wo bringt mich der hier eigentlich hin? Auch wieder an den Anfang. Okay. So, erst mal das. Ich glaube, ich brauche gar keine Wurfsterne. Das verpackt nämlich nur das System hier. So. So. Das bringt mich nur wieder an den Anfang. Also, wenn ich es richtig sehe, sind die einzigen beiden besonderen Teleporter, die an den beiden Ecken stehen. Das war wieder nichts. So. Was ist das? Höchstens der Eck-Teleporter vielleicht noch. Ah, aber... Puh. Achso, das war der Secret-Teleporter in der Ecke. Gut. Ach, wisst ihr was? Achso, ich komme hier so nicht mehr zurück. Ja, und da war ja eh diese Blitztodesfalle da. Habe ich nicht eigentlich auch irgendwo ein Federfall, Squall of Shock, Entschuld, Light Arrow, Lightning Board, Blink, Squall Burst, Shock Sheet, Lightning Blast, Invisibility, Risp Shift, Others hier, Poison Sheet, Gearscape, Wapos, Slate Trigger Wapos, Deadly Wapos, Interessiert mich jetzt gerade nicht, Cure Poison, Transmutation, war das dann hier? Blood Curse, McRomancy, Healing Light, Smite Undead, Dark Missile, und da nix, bei dir vielleicht, Enchant Light, Might, Mindlich, Detect Monsters, Staff Sheet, Spirit Ward, Staff Healing, Detect Secrets, Prismic Assault, Resist Magic, oder was hier? Ice Shots, Regeneration, Crystallization, Enchant Frost Arrows, Frost Bolt, Cure Paralysis, und ich kann es noch nicht, weil ich dafür sieben mehr Eis brauche, okay. Mist. Was ist eigentlich mit der Ecke? Okay, die bringt mich einfach auch nur wieder raus. Okay. Hat auch nichts gebracht. So. So. Da war ich wieder zu schnell. So. So. Jetzt bin ich wieder hier. Jeb. Hm. Ich habe jetzt hier irgendwie alles resettet das hat jetzt alles resettet und das war jetzt wieder der secret bereich nein das war nur da was auf und zu zu machen hier in den nischen ist auch nichts mehr versteckt damit mache ich auf der Seite auf habe ich jetzt da umgelegt gehabt ne hmm da ist der Hebel der macht hier alles zu da ist da ist da ist und das ist nur hier offen ah du hast das ändert jetzt auch nicht viel da ist da ist ich habe eine Idee da ist 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 Aber ist scheinbar nicht der Fall. Hä? So? So? Hm. Okay. Keine Taste, kein Klapp. Das war der Rückweg. Direkt am Schalter portet mich auch wieder raus. Wenn ich halt wüsste, was die beiden anderen Schalter anstehen. Da war ich auf jeden Fall wieder mal zu langsam. Das war's. Das war's. Das war's.